Herzlich willkommen zu meinem neuen Lieblingsvideo. In den letzten Jahren hat ja die Welt des Retro-Gamings einen riesen Aufschwung erlebt. Alle wollten irgendwie dieses Gefühl wiederhaben der 80er und 90er Jahre Games und es gab überall eigentlich Retro-Gaming-Konsolen, Retro-Gaming-Handhelds. Daher hatten eigentlich alle Retro-Fans die Qual der Wahl. Eins von den bemerkenswerten Handhelds habe ich jetzt gerade hier vor mir liegen und auch im Test gehabt. Und zwar die neue REST2K Pro Play, die kann man auf www.tradeanagement.com sich importieren bzw. auch aus dem EU-Lager direkt herholen. Das heißt, dann haben wir keine Versandkosten und keine Angst, dass irgendwelche Zollgebühren auf einen noch zukommen oder 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 und der Versand geht relativ schnell. Meiner Meinung nach sollte jede Person, die ein beeindruckendes Retro-Gaming-Feeling haben will, Erlebnis haben will, sich diese Handheld-Konsole hier zulegen. Denn hier ist ein super Prozessor verbaut. Allgemein, die Performance ist genau richtig für alle Games, die dort drauf sind. Hoffentlich sind 18.000 Games im Übrigen. Alle Games habe ich natürlich jetzt nicht getestet. Aber das Tolle ist eben, dass hier drauf alle Games laufen. Wir hatten es ja auch schon mal bei älteren REST2Ks oder auch bei anderen Handheld- oder Retro-Konsolen so, dass dann dort Playstation 1-Spiele drauf waren, die einfach nicht richtig liefen. Da hat es ab und zu mal geruckelt. Man konnte zwar spielen, aber man hat auch so ein bisschen das Erlebnis dann gehabt und das Feeling. Man hat sich dann gefreut, so ein bisschen zurückgesetzt gefühlt ins Kindheitsalter, beispielsweise wie bei mir jetzt zum Beispiel. Aber es gab dann doch hin und wieder mal so kleine Mini-Ruckler, die einen dann so ein bisschen gestört haben. Und hier ist das nicht der Fall glücklicherweise. Ich habe ja auf Playstation 1 auch schon Tomb Raider zum Beispiel gezockt und andere Games. Und zumindest bei den Games, die ich gezockt habe, kam es zu keinen Rucklern. Also von daher empfehle ich eigentlich allen, die einen guten Einstieg haben wollen und auch jetzt nicht zu viel Geld ausgeben wollen, die REST2K ProPlay, beziehungsweise besser bekannt unter dem Namen Embenic RG353PS. Diejenigen, die sich so ein bisschen auskennen in der Retro-Handheld-Konsolen-Welt, die wissen, glaube ich, Bescheid, was wir hier für ein Handheld haben. Bloß hier ist natürlich eine andere Software drauf. Wir haben hier unten im Übrigen die Möglichkeit, diese Micro-SD-Karten einzulegen. Die sind natürlich schon eingelegt, weil Trading-Schonzen hat hier die Software drauf gespielt. Welche genau und was der Vorteil davon ist, werdet ihr im Laufe des Videos auf jeden Fall mitbekommen. Und während ihr jetzt hier die Konsolen durchlaufen seht, erzähle ich euch ein bisschen was über die technischen Daten. Die REST2K ProPlay wird von einem Quad-Core ARM Cortex A55 angetrieben, der sowohl, so zumindest ist mir das aufgefallen, Leistung als auch Energieeffizient ist und auch das verspricht. Sie ist ausgestattet mit 1 GB DDR4 RAM, einem 16 GB JALUS Linux-System. Das ist halt die Software, die hier auf der 16 GB Micro-SD-Karte drauf ist. Und dann haben wir hier noch eine 256 GB Micro-SD-Karte. Hier haben wir zum Beispiel jetzt auch Nintendo 64. Wenn wir auf A tippen, dann haben wir die ganzen Games und können uns die angucken. Können hier mit R1 auch schneller durchjumpen oder mit L1 wieder hochjumpen, wenn wir wollen. Oder halt einzeln durchgehen. Und diese ganzen Games, die wir hier jetzt angezeigt bekommen, können wir zocken theoretisch. Also auch ein kleines Intro läuft dann hier ab, wie ihr gerade hört. Gibt es hier auch Lautsprecher, Stereo-Lautsprecher, die verbaut sind. Wir können hier oben die Lautstärke leiser, aber eben auch lauter machen. Es geht schön laut, wie ihr gerade, glaube ich, auch mitbekommen habt. Und Lautsprecher sind auch völlig in Ordnung. Das sind jetzt natürlich keine Heimkino-Speaker oder irgendwie sowas, aber gehen völlig klar und reichen vollkommen aus für genau dieses Spielerlebnis, dieses Feeling aus den 80er, 90er Jahren. Dann haben wir auch noch mehr Konsolen drauf. Natürlich auch noch Game Boy Color und Game Boy Advance. Die ganzen Pokémon-Games haben wir hier natürlich drauf. Können wir mal hier uns angucken, ob ich jetzt hier auch nicht gelogen habe. Ich jump hier schnell durch und hoffe, dass ich dann irgendwann mal beim P ankomme. Ihr merkt schon, wie lange es dauert, bis man alle Games durchgescrollt hat überhaupt schon mal. Und hier Pokémon Mystery, Pokémon Pinball, Pokémon, 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 Pokémon. Also Pokémon ist auch, dafür ist auch gesorgt für die ganzen Pokémon-Fans unter euch. Nintendo DS ist auch noch mit am Start. Wir haben hier ein 3,5 Zoll großes Display im Übrigen. Und genau das sorgt wirklich für stundenlangen Spielspaß. Also dieses Display gefällt mir auch richtig gut. Ihr seht es vielleicht gerade, dass ich hier aus einem sehr spitzen Winkel auf das Display gucke. Und trotzdem erkenne ich noch alles. Ihr selber habt ein gutes Bild natürlich, weil ihr von oben hier gerade runterguckt, also die Kamera zumindest. Und ich habe von allen Blickwinkeln einfach mal ein schönes Bild. Das ist schön hell. Im Lieferumfang übrigens auch noch was ganz Besonderes. Nämlich eine Display-Schutzfolie, die wir hier rauf machen können, wenn wir wollen. Also wir haben hier ein wirklich gutes Display. Wir haben auch eine gute Konnektivität an sich, also für ein Handheld. Aber wir haben hier trotzdem, während ich jetzt mal weitergehe, hier haben wir noch SG-1000 drauf, Sega Master System natürlich, Sega Genesis auch. Haben wir hier WiFi verbaut und Bluetooth 4.2. Wie ihr, glaube ich, schon gesehen habt, ist hier natürlich auch kein Kabel dran. Ihr könnt das überall hin mitnehmen. Es ist mobil und dafür ist hier ein Akku verbaut. Ein 3500 mAh großer Akku. Sechs Stunden könnt ihr das Ganze dann, ja, sagen wir mal maximal nutzen. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie hell das Display gerade ist, welches Game, ob ihr Playstation 1-Spiel zockt oder irgendwie ein Nintendo-Game nur oder wie laut ihr alles macht. Es gibt natürlich immer wieder, wie es überall bei allen technischen Geräten der Fall ist, ein paar Faktoren, wovon das abhängt, wie lange das Ganze funktioniert. Aber ihr könnt bis zu sechs Stunden auf jeden Fall mit dem Ding hier zocken. Und was natürlich auch nicht unerwähnt bleiben sollte, ist das, was ihr, glaube ich, die ganze Zeit schon gesehen habt. Es gibt nämlich zwei Farben. Einmal grau und aber dann auch hier diese transparente Farbe. Und ich glaube, die transparente Farbe wird als erstes ausverkauft sein. Wenn ihr wissen wollt, ob das Ganze schon ausverkauft ist, dann könnt ihr gerne in der Videobeschreibung nachgucken. Dort ist der Link hin zu Trading Shenzhen, hin zum EU-Lager, da wo ihr das Gerät eben relativ schnell bekommt und auch mit kostenlosen Versand. Ich zeige es euch einfach nochmal so ein bisschen detaillierter. Ihr könnt halt durchschauen und gucken, was hier so verbaut ist. Und das sieht doch einfach mal, also ein Technikherz begeistert das auf alle Fälle. Mich begeistert das auf alle Fälle. Das sieht schon sehr, sehr, sehr gut aus. Die REST2K Pro Play überzeugt nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. 18.000 Games habe ich schon verraten. Ich gehe nochmal hier ein bisschen weiter durch die Konsolen. Game Gear Konsole, Sega Mega Drive, Sega Saturn, Sega 32X, ein paar Sachen sagen wir jetzt gerade gar nicht. Dreamcast ist sogar auch drauf. Das hatte ich früher auch hier und da mal ein bisschen gezockt. Dann X68000, Sinclair, Neo Geo, natürlich Neo Geo Pocket, Neo Pocket, Neo Geo Pocket Color meine ich, Playstation wie gesagt, PSP, Open Board sagt man jetzt gerade gar nicht. Und unter Favorites kann man natürlich seine Favoriten abspeichern, damit man nicht mehr überall irgendwie lange erstmal suchen muss. Ich weiß nicht, ob ihr gerade auch durchgezählt habt, aber es sollten wohl um die 45 Konsolen sein, die hier auf diesem kleinen Handheld-Ding, diesen schönen auch vor allem Handheld-Teil drauf sind. Das ist dann Dreamcast, Sega Saturn, Playstation, PSP, N64, um einfach mal die ganzen guten so zu lernen. Also zumindest für diejenigen, die nicht viel, viel älter sind als ich. Das heißt, die werden wahrscheinlich jetzt nicht mehr unbedingt Atari und so großartig kennen oder großartig gezockt haben, sondern eher diese Games. Aber es gibt eben auch noch so diese ganzen anderen Konsolen, die ihr hier gerade durchlaufen habt, sehen können. Das Coole ist im Übrigen, dass Training Shinsen hier bei der Software die Spielebibliothek sorgfältig durchsucht hat und getestet hat und die Spiele, die nicht funktioniert haben, rausgehauen haben. Und jetzt mit den Jahren haben sie, glaube ich, auch schon einigermaßen Erfahrung gehabt und schon viele Games durchprobiert. Die ROM, die hier drauf ist, wurde also sozusagen von Training Shinsen angepasst, basiert eben auf JellOS, wurde aber optimiert. Auch das Maximum an Grafikqualität wurde hier rausgeholt, um einfach das Maximum auch an Spielspaß zu gewährleisten. Dann haben wir hier ein bilineares Filtering, Shader und Auflösung. All das wurde eben perfekt an die jeweilige Konsole angepasst von Training Shinsen hier. Neben all den wichtigen Sachen, die ich jetzt schon erwähnt habe, ist noch eine Sache ganz wichtig, natürlich die Steuerung. Und dafür ist ja der Unterbau hier sozusagen, wenn ich es so nennen darf, zuständig und zwar die Nbennig RG353PS. Und ich bin mega positiv überrascht gewesen von dem Feeling in der Hand. Wir haben alles da für alle Games, die hier vorhanden sind, also alle möglichen. Wir haben Joysticks, wir haben D-Pad, wir haben die Schultertasten R1, R2, L1, L2. Das funktioniert alles tadellos, ist super verarbeitet, fühlt sich mega gut an, fühlt sich so an, als wenn man damit noch jahrelang spielen kann und es wird jetzt nicht irgendwie alles komplett dann auf einmal zerfallen. Ich kann es nur einfach nochmal sagen, das macht wirklich Spaß, diese Konsole in der Hand zu halten und damit auch zu zocken. Das Design der Konsole erinnert an einen, ne, habt ihr es? An einen SNES-Controller, ihr habt es wahrscheinlich alle schon gewusst. Wir haben auf der Rückseite zwei Gummiflächen, die eben für einen besseren Halt beim Zocken sorgen, da sie einen besseren Grip haben, als wenn ich jetzt hier nur am Kunststoff lang halten würde. Dann haben wir das Tasten-Layout, ein D-Pad, Steuerkreuz sozusagen. Das D-Pad ist präzise und reaktionsschnell, gar keine Probleme mitgehabt. Ideal für die ganzen klassischen Spiele, die präzise Bewegung erfordern. Dann haben wir die Aktionstasten A, B, X und Y. Die sind super platziert, auch der Abstand passt, auch der Abstand jeweils zum Display passt. Und diese ganzen Aktionstasten bieten ein taktiles Feedback, das wirklich für schnelle Reaktionen in Spielen unerlässlich ist, würde ich sagen, und das auch zulässt hier einfach. Dann haben wir hier noch die bereits erwähnten und von mir gut befundenen Joysticks, links und rechts, können wir beide nutzen, können wir auch reindrücken. Also die Taste gibt es dann auch nochmal jeweils. Und wir haben hier eine Start- und eine Select-Taste. Und dann haben wir hier auch noch eine Power-Taste mittig rechts. Damit können wir dann jetzt zum Beispiel das alles in den Energiespar-Modus setzen und dann einfach mit einem Druck wieder starten. Oder wir fahren den Rest2K Pro Play komplett herunter und drücken dann nochmal die Power-Taste. Dann dauert es ein bisschen länger, bis ShellOS dann hochgefahren ist. Aber auch diese Wartezeit ist jetzt nicht extrem lang. Also das passt auf alle Fälle. Dann zum Thema Tasten passt natürlich auch noch die Tastenkombination, die es hier gibt. Die sind auch wirklich wichtig, würde ich sagen. Sollte man schon wissen. Und ich verrate euch die einfach mal jetzt hier direkt im Video. Ihr seht gerade, jetzt hat die Rest2K Pro Play sofort meinen Spielstand gestartet. Das konnte ich am Anfang nämlich angeben. Möchte ich das Spiel von vorne starten, beziehungsweise ins Hauptmenü rein oder möchte ich direkt meinen Spielstand starten. Das heißt, ihr könnt überall, wenn ihr denn wollt, speichern und müsst nicht irgendwie erst einen bestimmten Punkt erreichen, damit das Spiel gespeichert wird. Ihr könnt auch so einen Hardcore-Modus, der nicht freischaltet, sondern aktivieren. Und dann geht das Ganze nur noch so, wie ihr es von früher kennt, dass dann wirklich, ja, es gefühlt ewig dauert, bis man mal speichern kann. Und dann, wenn man zwischendurch gestorben ist, muss man wieder von ganz vorne anfangen. Also ich habe diesen Modus hier, um echt ein bisschen lieber, das ist ein bisschen was für Anfänger sozusagen. Also, wir starten das Spiel mal. Hier seht ihr, dass alles gut funktioniert. Ton kann ich hier lauter machen, wenn ich will. Dann hört ihr den Sound auch mal. Ich kann hier ganz normal Super Mario spielen, wenn ich möchte. Ich kann zweimal Start und Select drücken, dann verlasse ich das Spiel. Ist natürlich jetzt nicht so schlau von mir, genau diese Tastenkombination am Anfang zu zeigen. Aber so verlasse ich jedes Spiel. Weil ich glaube, vor allem die Anfänger suchen erst einmal den Button dafür dann, wie verlasse ich denn jetzt irgendwie das Spiel? Das geht eben durch diese Tastenkombination. Das ist die wichtigste Tastenkombination sozusagen. Deswegen habe ich die auch ganz am Anfang gestellt. Und dann haben wir aber auch noch die Power-Taste. Damit startet ihr in den Sleep-Mode. Auch wenn ihr im Game drin seid, wie ihr gerade seht. Und wenn ich jetzt die Power-Taste wieder drücke, lande ich auch wieder im Game. Das heißt, ich bin jetzt nicht komplett wieder raus und muss erst einmal wieder die Konsole suchen und das Game. Sondern ich kann hier einfach in den Sleep-Mode gehen und dann wieder weiterzocken, wenn ich denn möchte. Dann können wir sogar vorspulen. Dafür müssen wir die Select-Taste drücken und dann R2. Und jetzt seht ihr oben rechts dieses Vorspul-Symbol. Und jetzt wird das Ganze vorgespult. Ist natürlich auch nicht immer von Vorteil, wie komme ich nochmal weg? Genau, wenn ich einfach Select und R2 auch drücke nochmal. Dann gibt es aber auch noch das Retro-Arch-Menü. Das starten wir, indem wir auf Select und X drücken. Und dann haben wir hier noch ganz viele Einstellungsmöglichkeiten. Könnt ihr euch gerne in Ruhe angucken, wenn ihr euch die Rest2K Pro Play gekauft habt. Und dann haben wir noch die FPS-Anzeige. Das ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Vor allem, wenn man wissen möchte, ob es wirklich alles ruckufrei läuft oder ob ich hier nur Spaß erzähle. Dafür drücke ich dann Select und Y. Und dann sehen wir oben rechts die FPS-Anzeige momentan 60 FPS. Wenn ich mich bewege, immer noch 60 FPS. Und wenn da irgendwann mal ein Gegner kommt. Ach du, wie ducke ich mich jetzt? Habe ich vergessen. Okay, aber immer noch 60 FPS. Dann gibt es noch die Tastenkombination Select oben unten. Dann könnt ihr mehrere Save-Slots auswählen, wenn das Game das Ganze hergibt sozusagen. Und dann gibt es noch Select R1. Dann wird das Spiel gespeichert. Mache ich jetzt mal nicht, weil ich hier nicht speichern möchte. Sondern ich möchte am besten den letzten Speicherstand laden wieder. Also wieder zurück. Dafür muss ich dann Select und L1 drücken. Und zack, bin ich wieder an der selben Stelle, wo ihr mich eben gerade auch gesehen habt. Sozusagen ganz am Anfang. Und wir können auch nicht nur vorspulen, sondern auch zurückspulen. Dafür müssen wir Select L2 drücken. Bei manchen Games funktioniert das Ganze. Bei manchen Games funktioniert das nicht. Und als letzte Tastenkombination ist noch wichtig im Hauptmenü. Also wenn wir ganz rausgehen, wo die ganzen Konsolen sind. Hier können wir nämlich jetzt Select drücken und haben die Schnellzugriffe zum schnelleren Abschalten beispielsweise. Hier kann ich dann aber auch das System neu starten, aber auch das System abschalten. Weil nämlich sonst müsst ihr, wenn ihr das nicht über diesen Schnellzugriff macht, dann erstmal auf Start. Dann geht die ganze Zeit nach unten auf Beenden. Dann klickt ihr auf System abschalten. Viel schneller geht es natürlich, wenn ihr hier auf Select geht und dann hier unten einfach auf Abschalten fertig, dann ist das Gerät komplett aus. Dann zum Schluss noch ein paar Extras, die man auch kurz mal erwähnen sollte wenigstens. Unten haben wir rechts und links die guten Serial-Lautsprecher verbaut. Dann haben wir einen Vibrationsmotor, der ebenfalls ganz okay ist. Wir haben auf der Oberseite nicht nur die Lautstärke-Lauter und Lautstärke-Leiser-Taste, sondern auch noch einmal hier das Ganze zum Aufladen. Ein USB-C-Anschluss, nicht Micro-USB oder so, zum Glück. Das wäre noch schöner, sondern wir haben einen wunderbaren USB-C-Anschluss zum Aufladen, wie das neueste iPhone jetzt auch endlich hat. Und dann haben wir hier aber auch noch ein OTG-Gamepad-Support, wenn wir denn möchten. Und wir haben hier auch noch ein HDMI-Support und zwar Mini-HDMI ist das Ganze hier. Jetzt möchte ich noch kurz auf den Versand eingehen bzw. auf den Preis. Versand habe ich eigentlich schon gesagt. Am besten aus dem EU-Lager euch das Ganze bestellen. Da ist der Versand kostenlos, geht schon schnell, keine Zollgebühren oder irgendwie was. Und der Preis, 137 Euro kostet das so, wie ich es hier getestet habe und so, wie ihr es gerade vor mir seht, auf trading.send.com. Wie gesagt, in der Videobeschreibung gibt es den Link, da könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr auch direkt euch das Ganze kaufen. Ich glaube, wenn ihr auf meinen Link klickt, kriegt ihr noch einen 5-Euro-Gutschein, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, ihr spart da so 105 Euro und dann 132 Euro insgesamt. Kommen wir jetzt aber zum Fazit ganz schnell noch. Die REST2K ProPlay bietet ein beeindruckendes Retro-Gaming-Erlebnis mit ihrer riesigen Spielebibliothek, der optimierten JellOS-ROM und einem robusten Design, das habe ich noch gar nicht erzählt. Also ich glaube, so leicht kriegt das Ding auch nicht kaputt. Natürlich, wenn es auf den Boden haut, kann es schon sein, dass es auseinanderfällt. Aber es fällt jetzt nicht davon auseinander, weil ihr es in der Hosentasche tragt und euch vielleicht auch mal kurz raufsetzt. Diese Retro-Gaming-Handheld-Konsole ist was für Gelegenheitsspieler, aber auch was für Retro-Fans. Also eigentlich für alle irgendwie. Und ich freue mich, dass ich das Teil hier habe und ich werde auf jeden Fall in den nächsten Stunden und Tagen und vielleicht auch Wochen noch ein bisschen zocken. Und am besten halt mit euch auch live, weil ich das Ganze dann auch ein bisschen ausnutzen möchte. Wenn ich schon zocke, dann will ich auch irgendwie mit euch vielleicht ein bisschen quatschen über alle mögliche Techniken oder am besten natürlich auch über die Rest2K ProPlay. Ihr könnt mir dann live sagen, welches Game ich anzocken soll. Dann probieren wir es gemeinsam aus. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr euch das vielleicht kaufen möchtet oder auch nicht. Jetzt steht ja auch bald Weihnachten an. Da ist, glaube ich, sowas unter Weihnachtsbaum auch. Ich glaube, da freuen sich die einen oder anderen auf jeden Fall. Also am besten jetzt diesen Kanal hier abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und auch die Glocke aktivieren, weil dann verpasst ihr keine Videos. Und kriegt es auch hoffentlich rechtzeitig mit, dass ich dann live gehe. Also, ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Macht's gut.